Kärl, das Imperium hat deine Position. Du musst schnell da weg. Bin dabei. Danke. Okay, okay. Hab ich das im Griff? Ich hab's im Griff. Du kannst nicht besser sein als ich. Viel gefunden. Erledigt den Eindringling. Du kannst uns nicht überwältigen. Oh, okay. Irgendwas brauchbares? Ich hab was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Ich » ein coordinates. Mortar. Botanisch beginnert. Ja. Ja. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Ich komm' nicht durch. Vor uns ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums langgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. Na gut. Ich geb mein Bestes. Ich bin sicher, die Böden sind nicht. Maar was hier passiert? Also was ich. Ich habe die Aurelmöge gesehen. Da ist die Aurelmöge gesehen. Ich bin sicher. Um mich um den Kanal zu holen. ARD Text im Auftrag des WDR Was ist das? Da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? So einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Mein Freund, das ist die früheste Seffo-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken kann ich das Morgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Ich bin im Graf. Das ist riesig. Imperianus? Kein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordoba? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Wer ist da? Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Hast du das gesehen? Ach. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Sie haben hier Machtnutzer trainiert. Das war's für heute. 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 Danke, BD1. Das war's für heute. 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 Oh, na gut. Was war's für heute. Das war's für heute. Mein Freund, mein Freund, mein Freund, sieh dir die Details auf diese Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roixierbaum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Zeffo Kontakt mit Kashik hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Ein Scan? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?